Alm- und Hüttenatmosphäre erwartet die Besucher des Gasthaus zum Riesachfall. Das familiär geführte Sommerausflugsziel ist bei Einheimischen und Urlaubern sehr beliebt. Es befindet sich bei Schladming am Fuße der Riesachfälle. Diese bestehen aus zwei Wasserfällen, die je 70 Meter herabstürzen. Ein wahres Naturschauspiel. Die Gaststätte ist idealer Ausgangspunkt für Bergwanderungen und Mountainbiketouren, aber natürlich auch für gemütliche Spaziergänge in der Natur. Für Kinder gibt es ausreichend Abwechslung am eigenen Spielplatz. Hungrige Gäste genießen ihre Speisen bevorzugt auf der schönen Sonnenterrasse. Ihnen serviert das stets freundliche Team traditionelle Hausmannskost aus regionalen Produkten, fangfrische Forellen sowie saisonale Gerichte und köstliche Eiskreationen. Das Gasthaus zum Riesachfall ist in jeder Hinsicht verlockend. Wer einmal hier war, kommt gerne wieder. Das Gasthaus-Riesachfall.at